Zwar, aber Mit Zwar, aber werden zwei Hauptsätze verbunden. Der zweite Satz bildet einen Kontrast zum ersten Satz. Das Haus ist zwar neu, aber es gefällt mir nicht. Das Haus ist zwar nicht neu, aber es gefällt mir. Zwar kann auf Position 1 oder Position 3 stehen. Zwar ist das Haus nicht neu, aber es gefällt mir. Deutsch ist zwar schwer, aber ich möchte es trotzdem lernen. Ich habe zwar kein Geld, aber ich würde mich dennoch über deine Hilfe freuen. Die Pause war zwar lang, aber sehr langweilig. Zwar ist der Film berühmt, aber auch einfach nicht mein Geschmack. Ich trinke zwar kein Bier, aber dafür trinke ich gerne Gin.